Ja Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag zu wünschen von mir an euch, bei Horx Adventures auf der PlayStation 5. Ja genau, wir haben da wieder die letzte Speicherung genommen, ihr wisst es eh schon mittlerweile, und wir probieren den ganzen Schuss jetzt nochmal. Aber ich werde jetzt, ich habe jetzt vor, den ganzen Dreck da mal zu umgehen, also da muss ich durch. Ah, bei den Piranien, die tun mir gerade uhren, die zähmen gerade uhren, die ziehen in mir gerade ordentlich. Schau, hat mir schon wieder genug Kost. Und den Vogel, den lass jetzt, ich tue ihn gar nicht, den lass ich da in Ruhe, weil der bringt mir nichts. Und jetzt, probieren wir es da nochmal, weil ich bin da oben vorne nicht weitergegangen, vielleicht ist da noch was. Den muss ich mal zwei geben, das hilft mir nichts, ich muss, ich muss. So, was soll ich da jetzt? Okay, ich renne da mal gleich vorbei. Vielleicht komme ich da jetzt. Nein, da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, das ist schlecht, das ist schlecht. Na gut, dann, dann muss ich... Hallo? Nein, 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 komm du, komm du, du Freak, komm, okay. Kann ich, kann ich? Ach Gott, nein. Da muss ich vorbeikommen jetzt einmal da, bitte. Das ist, es ist so schlecht. Ah, ich habe ja einen, ich habe einen. Okay, so, da geht es jetzt wirklich weiter. Okay, Moment, da muss ich mal schauen. Wo geht es da jetzt? Da bin ich aber eh vielleicht gar richtig. Dann geht es da. Ah, okay, Alice, ich bin ja richtig. Da ist schon wieder einer da unten. Kann ich runterrufen. Soll ich da? Da kann ich wieder runter. Wo bin ich denn da schon wieder? Ich bin ja wieder falsch, oder? Da kommt die ins Wasser rein. Wo geht es da unten weiter? Das ist, das ist ja wahnsinnig. Aber ich bin, ich bin richtig, oder? Ist das? Da sind Frösche, Quaxis, ja. Kann man die? Ah, ich habe nur mein einziges, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr, weil... Okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt bin ich da auch nicht richtig, wahrscheinlich, oder? Jetzt geht auch die Kirche ums Kreuz, wie man so schön sagt, ne? Jetzt bin ich... Okay, jetzt bin ich da. Ähm, jetzt bin ich bei dem Deichel da. Kann man da irgendwo... Da bringt mir auch nichts da. Ach, jetzt bin ich da, häh? Das ist so verwirrend, es ist so verwirrend. Hallo? So, bin ich jetzt? Aber jetzt muss ich da irgendwann einmal da nach Elis kommen, oder? In das Kaff. Komm jetzt irgendwann einmal... Bin ich jetzt? Ja, wo ist jetzt? Ah! Ja! Ja! Ich weiß nicht, dass die Athleten von Griechen trainieren für die Olympischen. Aber leider ist es auch, wo meine Wälder, Hera, ihr Tempel hat. Ich bin sicher, Hera, wird dir eine heroische Aufgabe geben, um deine Worte zu prüfen. Komplettet, und sie wird dir helfen, um zu Hades zu kommen. Was? Äh, nicht, sag. Ich muss, ich muss, äh, äh, Dinge machen. Herausforderungen, oder sowas. Na, herrla, Puppe. Welcome to the town of Edis. Okay. Jetzt bin ich in der Stadt. Und ich hab, war nicht mehr da. Jetzt kommt man vielleicht. Gyros. Ich kann mir nichts kaufen. Nein, oder? Weil ich dem Vogel da den blöden Hund da das letzte Geld gegeben hab. Gut, wenn ich es nicht kaufen kann, dann nehme ich mir es mit Gewalt. Nein, der hat Gyros und ich. Das ist doch ein Frecher, oder? Jetzt bin ich in der Stadt und kann nichts machen, oder? Das ist doch, das ist aber jetzt nicht, oder? Wo bin ich gekommen? Von da? Von da bin ich gekommen, oder? Bin ich übers Wasser gekommen? Da geht's dann wieder zurück, oder? Da kann man jetzt gar nichts machen, eigentlich. Oder? Ich hab keine. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wir geben meine Chance nicht. Zwei Gold, ich hab nichts mehr. Ich hab kein Gold. Was ist mit dir? Was kannst du mir anbieten? Ich mag's gar nicht wissen. So, äh, uah. So, was ist da noch? Komm, komm in den Brun rein und kann mir gleich das Leben nehmen. Geht das? Nein, geht nicht. So, da geht's auch rauf. Okay, ja, ich weiß es auch nicht. Das ist da wilder sein. Check out my muscles. Ja, ich kann mich verstärken, also verstärken. Dass ich stärker werde wahrscheinlich meine Lebensleiste vielleicht. Da brauche ich auch wieder Gold. Na, geh, komm jetzt. Okay, da ist die Olympics, was er gesagt hat, der Zoll ist vorher. Kann ich da olympische Spiele machen, oder was? Kann ich da, kann ich da Olympiade machen? Nein, nicht wirklich, oder? Wie groß das ist, ne? Wie groß das da ist? Da ist schon wieder sie. Willkommen. Was ist da? Hallo? 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 Um Himmels Willen, was ist denn das für eine? Was? Hören Sie es richtig verstehen? Eine Kuh muss ich ja bringen, eine Sparta? Das war so ein Orakel, oder? War das das Orakel von Delphi? War das das Orakel? War das eine ordentliche? Da ist ja eine Kuh. Ihhh, was ist da los? Was ist bitte mit der Kuh los? Inflatable, Chaos eingeholt. Ja, das ist wahrscheinlich so. Ah, das sind alles so die Items, die man zum Kampfen nutzen kann. So kaum Fight-Dance. Genauso wie die Sperre, den Blitz und so weiter. Aber das kommt schon wieder. Ich darf da nicht hingehen. So bald wieder mit meiner Kuh. Geh, 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 geh. Und nicht die Kuh. Ah, okay. Nein, das war nicht die Kuh. Ich weiß es selber. Das ist ein urnlicher Kanister. Das ist ja ein urnlicher Kanister. Habt ihr es gesehen? Eine scharfe. Eine richtig scharfe war das. Eine Bauerfrau, eine Bocher-Procht-Vibe. Haben wir eh schon mal gehabt. Da ist ja die Nix dagegen. Das ist ja Luschen. Da ist ja sehr Luschen gegen die da. Führt mich gerade nicht mehr. Das ist ja gut. Ja, ich muss da runter. Ich weiß es. Ich muss runter nach Sparta. Da ist mein nächster Dingsbums. Aber ich kann nichts machen da alles. Hey, du Freak. Und zieht dich aus, bis auf die Unterhausentrot zu pippen. Gut. Ähm, ja. Da haben wir wieder fresh. Es ist da, glaube ich, sonst eigentlich eh nichts. Wenn ich Geld hätte. Aber ich habe ihm die zwei Geld, glaube ich, gemessen. Es wäre ja gar nicht anders gegangen. Ach, ich bin so dämlich. Ich habe geglaubt, das ist so eine Rakel von Delphi. Das war Terra. Die Terra ist so ausgefressen. Das war Terra. Also Terra wäre anders in Erinnerung gehabt. Ach, so eine Blade ausgefressener ist das. Schau, da kann man es nicht mehr ausschauen. Das war... Geht es noch mal? Jetzt geht es nicht mehr mehr. Das war Terra. Da war das Terra. Ich weiß nicht, dass man ein Stand-on damit hat. Okay, muss ich mich da auf die Matten stellen? Und jetzt? Kann ich noch mal? Kann ich noch mal interagieren? Nein, jetzt geht es aber nicht mehr. Nein, das scheißt mir jetzt was. Da war das Terra. Und ich habe wirklich geglaubt, das ist so eine Rakel oder irgendwas. So eine Blade, eine Blade-Urschl. Die Terra. Na gut, das wundert mich nicht. Das wundert mich nicht, wenn der Zeister da woanders... Nein, ohne Spaß, oder? Boah! Das dauert keine Baum zu hoch und kein Loch zu tief. So, was ist da jetzt? Ich kann nichts machen. Ich habe kein Geld. S.S.O. bitte. Ach Gott, von wo nehmen wir, wenn nicht stehen? Was soll ich machen? Ich kann nichts machen da. Alles Wurscht, das muss ich... Da, eben das so gern. Ja, da kann ich wieder mal speichern. Obwohl ich das sehe, ich speichere eh anders. Das ist jetzt das normale Ding, oder? Kann ich? Kann ich? Hallo? Ja, don't have any... Ich kann da nur mit Gold speichern, oder was geht dann? Ich hau den Dreck da weg, da gleich. War voll super, habt ihr gesehen? Habe ich nicht gewusst, dass ich mit dem interagieren kann? Ich kann das alles. Ich kann mit dem interagieren. Okay, interessant. Also man kann da doch mit mehr Sachen. Okay, okay. Das mehr geht's gerade erst. Ich kann heißer nehmen und... Okay. Gut, dann kann ich die auch nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Okay. Wo? Ups. Sorry. Geh, ich mag da... Ich mag da Ding machen. Ich mag da Olympiade machen. Ja, halt mein funky bone. Okay. Kann man? Man kann mit allem. Ah, schau, ich bin wieder auf was drauf gekommen. Weil, weil ich nie gescheit mit irgendwas interagiere. Da liegen überall items versteckt. Dann. In den Häusern, in die ganzen Dinger. Dingsbumsen. Aber ich bin gleich tot wieder. Und ich bin... Ach Gott, ich hab kein Leben, ich hab... Kann man es hinnehmen? Ah, ja gut. Ein Archer. Ja, ich kann gut. Ich kann keinen Bogenschissen. Ich mag... Ich kann nichts machen. Ich mag irgendwas machen. Da bin ich gar narisch. So. Ach Gott, man kann nichts. Man kann mit nichts. So, ich bin tot. Es ist so... Es ist so Wahnsinn. Es ist so schwer. Also man... Man hat keine... Man hat keine Möglichkeiten, sie zum Aufheilen oder irgendwas. Was heißt zurückspulen? Moment. Ah! Das geht auch? Das... Ich checke auch jetzt grad erst. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das da seht. Seht ihr das auch? Weil ich bin da immer in so einer Speichermenü. Und man kann eben da laden und speichern und dann kann man auch zusätzlich zurückspulen. Also ich kann die Zeit zurück... Okay. Hm... Ja, dann geh da um. Ich kurz, ja. Das... Okay, das geht. Warte, und was war... Was war Einstellungen? Okay, also das war ja nur so. Okay, das war ja nur so. Dann... Boah, das... Ich probier noch einmal. Aber... Bring mir auch nicht 2.15. Ist auch nicht grad die Welt. Aber man kann da zumindest... Ich probier da noch einmal die anzuschießen mit einem Bomberl. Ich meine, so war das. Bin ich da gewesen? War das... War das überhaupt da? War das überhaupt? Ja, da sind. Oh, da sind sie alle. Die ganzen... Ich meine, die halten eh nicht viel aus. Die sind eh lauter Luschen, aber... Es ist trotzdem eine Scheiße. Es ist eine Scheiße. Das ist ein super Spiel, aber es ist schwer. Es ist mega schwer. Aber ich hab mir das eh gedacht. Ab dem... Ab dem... Ab dem... Ab dem Wildschwein hab ich mir gedacht, dass das... Dass das mega schwer wird. Schau, ich hab mir... Was mach ich mit 5? Was soll ich denn machen? Was soll ich? Ich... Ich reise ja keine Leiberl. Da rauf gegangen sie auch noch. Zur Zirze gegangen sie da. Ah... Die waren nicht schlecht. Ich glaube, die waren mir lieber wieder höher. Ah, ich bin dort schon wieder. Es ist unvorstellbar. Es leiden... Das ist wirklich brutal für mich. Ähm... Wo war ich denn da wieder? Da war ich wieder ganz... Ich hab da nicht mehr abgespeichert dazwischen. Ähm... Ja, Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn einfach nur. Obwohl... Moment, jetzt hab ich... Noch zwei Gold. Aber ich komm nicht anders. Ich muss... Gibt's eine andere Möglichkeit auch, dass ich da vorbeikomm? Außer... Da ist auch noch Gold. Übers Wasser. Moment. Nein, falsch. Falsche Richtung. Ah, nein. Geh raus, geh raus. Jetzt bin ich wieder falsch gegangen. Gibt's eine zweite Möglichkeit auch, dass man den umgehen kann, den Vogel? Ja, wo... Da komm ich wieder, wann das ich... Nein, da komm ich dort hin, wo ich nicht will. Wo ich nicht will. Hm... Ah, da bin ich bei dem wieder? Hä? Ist das... Nein, das ist eh das gewesen, wo wir eh waren. Ja, da sind wir da wieder. Ah... So, und wo schmeißt mich du hin? Ich... Da wieder her. Ja, okay. Nein, ich kann dem nicht umgehen, glaube ich. Ich kann... Ich kann dem nicht... Ich muss bei dem scheiß Fisch da vorbei. Ja, das ist das. Ich muss bei dem scheiß Fisch vorbei. D-d-d-d... Das sind wir dann auch so. So, da haben wir gesagt, den lassen wir. Da... Da komm ich wieder. Ja, nein, weil ich da vorbeikomm. Ich muss ihm die zwei Gold geben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich komm da sonst nicht mehr weg. Und wenn ich wenigstens das Ding beherrsche, dass ich... Einen Bomben kann ich das auch nicht zerstören, ne? Das kann nur er wegnehmen. Und der ist zu schwach. Seht ihr, er ist zu schwach. Er ist einfach zu. Ja, das geht noch nicht anders. Muss durch. Muss ich durch. Nein, jetzt nehmt ihn mir wieder. Es ist... Es ist Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich hab keine Scheiß. Der zieht mir an. 21. Ist auch viel Zwing. Ist auch viel Zwing. Ist auch viel Zwing. So, da war der Scheiß. Wo geht's da hin? Komm ich da so in die Stadt? Moment, wo geht... Bin ich aber jetzt wieder... Jetzt geh ich wieder den Weg wie vorher, gell? Da übers Wasser aufhören. Und was ist da unten? Da bin ich vorher nicht gegangen. Ich muss mir das anschauen, leid. Es ist Wahnsinn. Es ist unvorstellbar. Weißt du, da gibt's schon ein paar Wege. Es gibt ein paar Wege. Genau, da... Wo bin ich gerade gekommen? Da bin ich runtergesprungen, gell? Genau, da bin ich runtergesprungen. Bin da gegangen. Und jetzt geh ich da. Jetzt mag ich da noch schauen. Ah, es sind auch Fische. Ah. Ah, geht. Das ist doch ein Wahnsinn. Wo ich da schaue? Ah, da komm ich auch wieder nicht vorbei. Da komm ich da wieder nicht vorbei. Mit dem Starr. Geht, das ist doch ein Wahnsinn. Und sonst geht's da runter. Geht's da runter? Nein, ich habe keine Chance. Ich bin... Du kannst dich auch nicht... Nein, es ist... Irgendwie viel fad jetzt. Das ist fad. Und dass die Spiele das so rauben. Du freust dich. Du hast dir Spaß am Spielen. Und dann... Wegen so blöde Dinge... Warum muss man sich immer so ausstrengen müssen? Es ist doch... Warum? Ich kann keine Bomben da reinhauen. Kommt. Das blöde. Hallo. Jetzt kommen sie nicht, die Fische. Kann man da... Fische. Jetzt kommt sie her. Dann haben sie wieder. Kommt sie einmal. So. Rausse. Ich will rausse. So, komm. Im Wasser geht's wieder nicht. Ich denke, ich habe eine Bombe rein. Schau dir das an. Der lässt mich nicht ver... Der lässt es mich... Warte, zurück spulen. Warte... Nein, warte. Zurück spulen, bis ich am Ufer bin. Geht der. Schau, die lassen... Aber das ist jetzt schon ein bisschen dämlich, oder? Die lassen mich da gar nicht mehr vorbei. Wie soll das, bitte? Wie soll das gehen? Kannst du irgendwas machen? Der... Und der fangt nichts. Da sind die Fische drin. Dann fang. Jetzt schießt mich der da von hinten an, der Trottel. Nein, ich weiß nicht. Das ist... Das ist jetzt schon ein bisschen fad. Ehrlich? Sag ich, wie es ist? Jetzt hänge ich wieder. Jetzt hänge ich wieder. Wie komme ich da... Ich komme... Ich bin da vorher vorbeikommen. Ah, jetzt habe ich da auch... Ich komme nicht mehr. Ich komme da nicht mehr. Wieder so viel. Wieder so viel verloren. Jetzt hat mich der Vogel wieder getroffen. War 44 zumindest noch. So, jetzt da so. Aber... Da oben... 44 habe ich noch. Das ist ja zumindest ein bisschen was. Und jetzt bin ich da... Ah, da muss ich vorher noch da. Aber da waren zumindest, glaube ich, keine Fische drin. Da waren keine Fische drinnen, oder? Und jetzt müsste ich da wieder zur Hera kommen, oder? Ins Dörfe. Stimmt's, oder habe ich recht? Da hat man ja nirgends weinen können. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder im Dorf. Ja, das haben wir eh schon alles gehabt. Ja, das baue ich nicht nur einmal. Den Scheiß. Ich weiß, ich kann mal nix... Oh, wenn ich eine Heilung noch hätte. Eine Gyros, oder was? Zwei Gold. Und du kommst ja nix, verstehst du? Du kriegst nicht mal zwei Gold. Das ist... Du rennst dir die halbe Map an, dass du einmal einen Goldstiegel kriegst. Das ist doch alles so... Wahnsinn, ne? So, ich muss ja mal schauen. Ich habe mal da weiter. Das ist so. Alter, wie viel gibt's denn da, Feinde? Wie viel Feinde gibt's denn da? Das ist Wahnsinn. Schaut, wie wir die das runterziehen. Was wir da runterziehen? Wie wir die das runterziehen? So, bin ich da. Schaut euch das an. Schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich das an. Und wer auf die Feier verloren? Ich habe nur mit 30. Es geht wieder nicht. Es wird wieder nix. Es wird wieder nix. So, komm... Es... 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 Bin ich da? Aber der Weg war zumindest, glaube ich, schon richtig da. Die richt... Gebt's mir eine Ladung! Irgendwas! Oh, bitte! Bitte! Boah, die sind so genausoig mit den Lieben, oder irgendwas. Okay, da geht's... Geht's da. Hallo? Das ist ja auch so komisch. Da kannst du ein Stückchen reingehen, da ins Dickicht, und das war's. Ist das nur für einen Wald- und Wiesenbläderer, oder? Ich hab keine Ahnung. Kann man da? Nein, es ist es. Keine Ahnung. So. Ja. Was ist da? Da ist wieder so eine Scheiße. Ich mach mal eine zweite kurze Speicherung, dass ich... Nicht laden. Speichern. Auf Platz 2. Dass ich da zumindest weiterspielen kann, wenn ich... Zwar nicht viel 24, aber... mal wieder von früher anfangen darf. Ich muss viel langsamer... Ich muss viel langsamer voranschreiten. Viel langsamer. Aber ich... Es geht was weiter. Ich komm bald nach Spatta. Aber... Ist das da der Weg? Oder... Soll ich da einmal? Geht's erst. Ah, da ist schon wieder einer... Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch... Oh Gott. Da sind schon wieder so viele. Da sind so viele. Oh mein Gott. Weg. So. Und da kommen hab ich nicht. Ich muss eh. Ich muss eine Bombe reinhauen. In den ganzen... den... Offenstall da. Wow. Hab ich da mal was zerstört jetzt? Okay. Und weg. Ich muss mehr mit Bedacht spielen. Boah. Bomberleine. Bomberleine. Und den ganzen Dings da. So. 22. Ah, das wird immer weniger und weniger. Wir haben ja schon wieder 20 Minuten. 20. Das ist ja gar nichts mehr. Das ist ja gar nichts mehr. Oh Gott. Wie viele da sind. Oh Gott. Oh Gott. Multikill. Multiplisklerose. So. So. Warte. 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 Jetzt reicht's dann, oder? Jetzt reicht's dann, oder? Dann haben wir noch mehr vier Bomben, auch noch mehr. Warte. Und immer... Da wischt er mich wieder, ne? Warte. Die muss mal... Na das geht... Das geht... Das gibt's ja nicht. Das ist ja das. Ja, tot. Nein. Ach Gott, nein. Ja, ich laden das. Ja, ich laden. Laden. Das laden. Es ist fad. Es ist fad. Es ist ein treuer Terror. Wirklich. Ein treuer Terror. Da ist nix. 24. Ein paar mehr Leben. Was ist denn da eigentlich? Wo kommen die da hin? Sag was. Was? Gib mir 80 Spiers für einen Pixelpreis. Ich soll ihm 80 Späre geben für eine große Überraschung. Wie viel hab ich denn überhaupt? 22. Das konnte ich nicht einmal. Das konnte ich nicht einmal. Nein, so danke. Weißt du, was du mir du kannst? Du Rotzer. Weiß sowas. Sowas kannst du mir. Gut, ähm, aaaah. Bomberlein einmal. Wie viel da sind. Wie viel da. Warte einmal. Nein, das bringt gar nichts. So. Weißt du, was ich mache? Ich renne da jetzt einmal runter. Ich renne einfach einmal runter. Ich schau mir einmal die Gegend an. Kann ich das da? Kann ich auch nicht nehmen. Bin ich auch zu schwach. Ich bin ja, ich muss ja, ich muss, ich bin ja schon entspannt da. Ich bin ja schon mittendrin, ne? Mittendrin steht nur dabei. Aber es hilft mir nichts. Ich muss wieder mal umschauen. Vielleicht sollte man ja schnell einmal durch einmal, damit man zumindest einmal die Gegend, oh, oh. Ausgekundschaftet. Aber es bringt noch nicht wirklich was. Only friends of Poseidon mehent. Geleg mich doch. Nur Poseidons Freunde dürfen eintreten. Es ist Wahnsinn, ne? Ah, da kann ich dann mit dem Brot, mit dem Brot, ja, mit dem Brot, ja. Mit dem Brot nach Greta. Ah, das ist dumme. Ach so dumme, ja. Von da, dumme, ja. Auch nach Greta. Ja, nein, es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich kann, ich kann gar nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich habe kein Geld. Ich habe, ich habe nichts, ja. Ich habe keinen Freund, ja. Es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Nirgendwo kann ich hin. Aber sie sagt, ich muss da oben hin. Da sind nur... Da ist sonst nichts. Ja, ich weiß es auch nicht. I don't know, I don't know, I don't know. Kann er das? Ah, das kann er nicht. Ja, das Boot nach Greta, ja, da muss ich wahrscheinlich mal durch. Aber was, ich muss zuerst mit dem Poseidon, oder was? Da messert ihr dann... Wo ist denn der? Der ist da. Muss ich da zuerst hin, oder was? Äh, das ist ein Wahnsinn. Muss ich da zuerst hin? Nein, was soll ich machen, wenn ich keine... Ich habe ja gar nichts, ich habe kein Leben und nichts. Ja, der messert ihn wirklich von der... Ach Gott, nein. Es war mega schwer, mega schweres Spiel. Mega schweres Spiel. Und es wird dir nichts gesagt, wo ich hin muss als nächstes. Was muss ich machen? Bin ich da überhaupt? Muss ich da schon sein? Muss ich da? Muss ich da? Ich glaube, ich muss ja da... Ich kann ja da noch gar nicht sein, oder? Da ist ja noch gar nicht, oder? Ich muss ja zuerst was anderes machen, oder? Bin mir ziemlich sicher. Aber die blöde Urschl-Vorhera... Da war ich auch noch nicht. Hä? Jetzt... Die blöde Urschl-Vorhera sagt, ich muss... Nein, geht nicht. Und wenn er mich nicht immer treffen, der Vogel, immer. Ja, ich weiß nicht, ich will. Oder muss ich doch da sein? Ich... Was? Wo bin ich denn da überhaupt? Ich meine, ich weiß, ich bin spart, aber... Hä? Hallo? Kamera? Bitte. Es ist so verwirrend da. Verwirrend und verwinkelt und ver... Wir haben nirgends weiter. Wir haben nirgends weiter. Nein, es ist doch auch ein Wahnsinn, es ist doch... Ach, die noch mehr. Naja, was... Da ist ja auch kein Laiwan mehr. Da ist wieder eine Kuh drin. Ist das ein Stahl, oder was? Da ist halt wieder einer. Nein, nicht schierst die... Er ist so dämlich. Er ist so dämlich. Er ist einfach nur dämlich. So, das ist überall die Mauern. Ich komm nicht rein. Ich komm einfach nicht rein. Ich komm da nicht. Kann man das... Nein, kann man nicht nimmer. Kann hier nirgends. Ich komm ja nirgends rein. Nein. Nirgends. Es geht nix. Es geht einfach nix. Ich komm ja nirgends. Wahnsinn. Also, das hab ich mir nicht. Doch, dass das so komplex ist, das Spiel. Dass das so eine komplexe Sache wird. Der hat eine Münze fallen lassen. Bombs 3 Gold ist scheiß auf das. Braucht keine Bombe um 3 Gold. Es hilft mir alles nix. Es bringt mir alles nix. Wo bin ich denn eigentlich? Bin gleich tot wieder. Mann, wie groß. Da will jetzt den Vogel wieder. Der ist aber gut. Oh, das ist ein eigen King. Ein eigen King natürlich. Wo ist der Beef? Was? Huh? Was ist das Ding? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Ja, ich mein, ich weiß es sein. Vielleicht ist es besser, wenn ich doch... Jetzt lasst es mich doch in Ruhe, blöden Viecher. Es deppert nix. Entschuldigung aber. You don't have enough gold. Was? Für was? Was? Da... Don't have enough gold. Für was? Muss ich... Muss ich... Ne, jetzt sag. Ich muss die jetzt alle... Ah, ich muss mir das verdienen, dass ich rauskomme. Aber darf ich mir das dann geholfen? Also das wäre natürlich dann... Warte mal, vielleicht... Darf ich mir das dann... Jetzt... Nein. Mein Deppert gespielt auch nicht. Aber vielleicht kann ich mir das verdienen jetzt. Aber die muss ich dann sicher wieder angeben. Wenn ich mir das ganze Gold dann geholfen darf, das wäre natürlich schon super. Weil da kann ich mir dann... Natürlich schon was. 11 Gold? Nein, aber das muss ich wieder angeben, oder? Das darf man nicht in der Welt mit rausnehmen, oder? Das geht sicher nicht, oder? Vor 20 Gold sagt man 6. Geh, komm, ich habe jetzt erst 14. Und dann will ich nichts mehr kriegen. Gerade dass ich die 20 dann mache, dass ich rauskomme. So wird es sein, oder? Genau so wird es sein. 18. Genau so wird es sein. 19. Da ist einer. Und jetzt darf ich raus. Ja, you are rich, und wenn ich am Gib, habe ich nichts mehr, oder? Ja, genau, ich komme nichts mehr. Moment, ich probiere was. Kann ich da ein bisschen farmen? Kann ich da ein bisschen Money farmen? Ja, jetzt geben sie nichts mehr her, oder? Ach, da ist es doch, oder? Und, wie viel bleiben wir über? Moment, ich probiere was. Kann ich weiter farmen noch ein bisschen? Gebt es mir noch ein bisschen was, oder? Wie viel habe ich denn? Ein, 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 lasst einmal. Ein. Nein, ist das eine Frechheit. Und nebenbei habe ich noch, verliere ich noch mal. Und nebenbei verliere ich noch mal. Nein, nein, nein. Nein, nein. Die gehen mir auch keine her mehr. Man kann keine Money farmen. Ja, ich weiß, dass sie das in falschen Weg gehen. Nein, oder? Das ist doch fies, oder? Ah, ein Ziegsquid. Lass es mal. Weiß den Pies. Ja, super. Du auch. Das ist dämlich. Es ist dämlich. Es ist so dämlich. Hey, hallo? Ich muss... Wie musst du raus sein? Wo? Wo geht's? Ah, da. Habe ich nicht gesehen. Nein, ich war... Okay, da ist ein München noch. Zwei, aber trotzdem. Ich brauche ein bisschen mehr. Es ist... Oh, ein bisschen mehr. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Ich muss... Ich muss pappen. Gib mir noch ein paar. Gib mir noch ein paar. Bitte. Könnt ihr mir es nicht nur ein paar München geben? Die sind so knausrig. Und wieso können... Wieso kann man da keinen Schwierigkeitsgrad ändern oder irgendwas? Gibt's da nicht, gell? Jetzt habe ich zwei... Eine Goldmünze. Hey, ich habe zwei gehabt. Okay, aber ich bin trotzdem da. Oder? Ich bin da fast schon spart da unten. Ja, aber was mache ich mit? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich werde mir... Warte mal. Wo war denn... Ähm... Ja, ich bin ja eigentlich schon wieder da. Äh, was wollte ich denn jetzt? Das war der Oman, oder? Ah, das war Oman in Elis. Habe ich mir... Habe ich mir einen Döner... Ah, der hat zwei... Du hast zwei gebraucht. Zwei Gold. Allerdings, Moment. Ich speichere mal. Ich speichere mal auf Slot 1. Weil ich habe jetzt zumindest 43. Das ist ein bisschen was. Also, ich glaube, es ist ein Wahnsinn, was ich da... Was ich da aufführe für einen Scheiß, gell? Ich brauche noch ein Gold. Ich brauche noch ein Gold. Und dann rauf. Rauf noch Elis. Das kann ich da nicht... Nein, ich meine. Ja, da komme ich nicht rein. Da ist das Boot, ja. Das Boot, wo kein Boot ist. Okay, Leon. Machen wir so. Ich mache da... Ich mache da einen kurzen, so. Eine kurze Speicherung. Und auch das nächste Mal sehen wir. Also, das wird... Das wird... Ich habe mir irgendwann gesagt, jetzt in den letzten Parts, ich mache nur mal Spiele, die so maximal 20, 30 Parts sind. Vergesst es schnell wieder. Das wird ein 100-Part-Projekt werden. Okay, aber ist mir auch wurscht. Ist ja, ist ja. Ist eh alles scheißegal. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Fürs Zusehen wollte ich sagen. Und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es hier in Spatter weiter. Und ich glaube, ich muss... Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht. Wir werden alles sehen. Und baba. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.